Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Zeugen 2 Ich hab gelesen, der Kaffer Hab ich auch gelesen Und Artgas Übrigens ein Puls von 102 StarCraft 2 ist nicht so gut für einen niedrigen Puls Hast du die Pulsuhr? Ich hab ne Smartwatch Wie gerade gesagt, ich mach irgendwie Sport gerade Aber Ich mein, ich kann Ist bestimmt geil so ne Smartwatch zu haben, aber Braut man das? Nein Arbeitskollegen haben das auch Ja, da kann ich Anrufe annehmen Ich hätte mir die eigentlich gekauft Um meinen Bluetooth zu überwachen, aber da ist die nicht besonders gut drin Ich stell mir das auch doof vor So über das Armband zu telefonieren Wobei, die von Wamosala Playa haben das ja auch gemacht Das geht auch ganz gut Aber wie oft telefonierst du in deinem Leben bitte? Ja, das stimmt Mit Sky Wenn sie mir ein Angebot schicken Zum Beispiel Ne, ich hab ja Ich hab ja nur Wow Das ist das neue Sky Ticket Hast du schon gehört, dass die Single Buyer's Clause jetzt wohl fällt Für 2025, 2026? Ah, das heißt, dass The Zone jetzt endlich komplett übernehmen Ja, oder eben Sky Oder Amazon Ganz ehrlich, ich bin für The Zone Mir ist das ziemlich egal, Hauptsache Einer wieder Aber bitte nicht der Eurosportplayer Ja, der wird's ja wohl nicht werden Ja, Pleite Eurosport ist Pleite? Wusste ich gern Ja, auf jeden Fall war das ein Riesenminusgeschäft mit Eurosportplayer Vielleicht wenn der Player zu 50% nicht funktioniert hat Nein, sicherlich nicht deshalb Sondern weil nur das Freitagsspiel keine Sau interessiert Hast du E-Tags-Spiel? Ja, die Sonntagsspiele hatte Eurosport damals noch nicht Und ich erinnere Sie hat erst The Zone Aber es geht darum, dass auch Ich weiß gar nicht, ob das geht, wenn The Zone alle kriegt Weil The Zone ja auch Champions League hat Es ging eben bei dieser Argumentation darum Dass ja jetzt die internationalen Weltbewerbe Auch bei unterschiedlichen sind Mit RTL Plus, mit The Zone Mit Weiß ich nicht, wen es doch alles für Idioten geht Überall ist das Schlimmste Also ein Champions League Spiel hat in der Woche Amazon Dann The Zone hat Ja, eigentlich The Zone und Und den ganzen europäischen Diggens The Zone und Amazon Das sind eigentlich RTL Plus Auch RTL Plus mit EuroLeague Ach, das Ja, es ist das, was eigentlich alle interessiert, die nicht Bayern-Fan sind, Sarag Ich glaube nicht, dass dem BVB die EuroLeague interessiert Ja, ich könnte mir schon vorstellen, so wie die aktuell spielen BVB ist Erster Ja, aber das liegt nicht daran, dass der BVB so gut ist Doch Das liegt daran, dass Bayern so scheiße ist Ja, aber Dreierkette Hallo Dreierkette, beste Kette Hat noch nie funktioniert, aber wir probieren es einfach Ich habe schon wieder keinen Hotkey für meine Barracks Ich verstehe es nicht Warum ist das immer so? Ich, Nergurix28, habe dieses Spiel verstanden Ach ja, herzlichen Glückwunsch starttäglich übrigens Fällt mir dabei Dankeschön, Dankeschön Ich weiß zwar nicht mehr genau, welcher es war, aber zwischen dieser und letzter Aufnahmesession Auf jeden Fall Ist die Musik ingame lauter als das, was die alle da von sich gibt Die ist nicht all Doch Ist Miley Cyrus inspirierte Musik? Nee, es ist 0815 überhaupt Das ist Miley Cyrus Also es gibt schlimmere Lieder Zum Beispiel dieses komische Belgische, was wir gerade gehört hatten Aber Belgien hat aber gute Schokolade Und aber keine Schokolade, ich will lieber einen Mann Er hat das gleich nochmal gesungen Er hat das eigentlich doch mal gesungen Bestimmt Gitte Nee Nee Nee, nee Das ist noch älter, glaube ich, als Gitte Es gibt noch ältere Menschen als Gitte Ach, das war zu der Zeit, als die Welt noch schwarz-weiß war, oder? Das ist von Ui, ui, ui Herr Trude, oh Wir haben verloren Ich hab doch gerade das gegoogelt, die dürfen noch nicht eingreifen, wenn ich gerade google Wir haben verloren, würde ich behaupten Ja, easy Ja, ihr habt easy verloren, genau Sammeln Einheiten und schick nicht zwei Marines in den Tod, bitte So, gleich mit den Workern alle drauf, bitte Ey, ich kann nicht sammeln, der kommt auf mich zu Ja, jetzt mit den Workern alle drauf Sarg, ist immer noch nicht mit den Workern draufgegangen Jetzt, wo alle meine Einheiten tot sind, fängt Sarg an, mit den Workern drauf zu gehen Dankeschön Wir haben noch nicht verloren Wenn du direkt mit deinen Workern in der Natural draufgegangen wärst, wär das anders ausgegangen Komm, wir schaffen das, wir halten das Wie holst du es? Ja, wahrscheinlich, weil deine Worker noch leben, weil deine nicht angegriffen haben Panzers Panzertot Jetzt ist er nicht mit den Workern draufgegangen Ja, bist du auch nicht Die in deiner Natural Die standen einen Meter daneben Einfach mal angreifen Einfach mal angreifen Einfach mal angreifen Oh, das wird spannend Wenn du ins Arbeitsleben einsteigst Ich arbeite schon lange Ja, du musst das machen Warum ist das noch nicht fertig? Boah, ich hab jetzt einen, der mir zuarbeiten soll Da läuft es ungefähr so Ja, ich merk schon Wenn du irgendwas zu sagen hast Dann ist es immer so Physikalisch, ob das möglich ist, ist egal Aber es muss so sein Naja, aber wenn man Montag sagt Wir treffen Montmittag und treffen die Ergebnisse Und er dann Dienstag und Nachmittag sagt Ach, sind noch so viel anderes gewesen gerade Ja, vielleicht war dann auch einfach so viel anderes gerade Ja, Studium halt Aber nicht sehr im Job Nein, das ist auch völlig okay Alles gut Jeden Sonntag prägen Es ist wunderbar Aber über kostenlose Arbeitskräfte darf man sich nicht beschweren Von daher Also kriegst du nicht mal Geld dafür? Ich schon, die nicht Doch, die kriegen auch Geld Aber nicht von der Stelle, wo ich arbeite Vom Abend? Er hat Stunden übrig von seinem Vertrag Den er jetzt in einer anderen Abteilung quasi macht Um das ein bisschen zu vereinfachten Er hat so einen komischen Akzent, finde ich Wie so eine Texane Full Der wohl behauptet, dude Ja, beschließt euch auch Warum steht denn im Wasser? Weil er es kann Das ist doch wieder Effekthascherei Oh, ich habe sogar einen getötet, glaube ich Wow, das wusste ich gar nicht Und es ist sogar offen Ja, guckst du bist ein Killer Ich weiß Wann nennt man dich auf der Uni? Der Killer Das war ich zu zweifeln Woll mal nicht weiter, ja? Ja, das ist ja eine holländische Söne Ich habe Nackenschmerzen Warum habe ich Nackenschmerzen? Weil die Uhr umgestellt wurde Ja, das kann möglich sein Und das ist auch so ein belangloses Lied Irgendwie Ich wollte gerade sagen Wird das nochmal spannend? Nein, glaube ich nicht Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen Nicht genügend Energie Das ist gut, dass die den Reaper-Fahrt geblockt haben Für uns Die Reaper-Fahrt? Ja Ja Aber gut, die können ja auch nicht wissen, was wir sind Von daher Das ist ein Reaper-Repeur Maybe er kennt's around him Das ist ein Cheeky-Move up the middle Habe ich geschafft? Er hat gesehen, er legt mich doch am Arsch Oh nö Da kommt er Da habe ich einheiten Nö, da kommt noch ein Reaper Was passiert da? Er hat mir übrigens schon gesehen Den habe ich gechased Chase McCain Das ist irgendwie ganz schön mehr Noch mehr, deutlich mehr Reaper übrigens Wir sollten mal Also es wäre gut, wenn du bei Speed hättest So, das ist die, die sich den Vorenscheid gekauft hat Kann ich den Vorenscheid kaufen? Ja, die hat Ist verwandt mit Leuten in der Jury Die Regeln wurden geändert für sie Und es gibt Riesenausscheid Kannst du jetzt mal bitte was machen Und daneben rumstehen? Ja Bleibs stehen Ich übernehme die obere Flanke Mach du unten Nee, geh nach unten Ich habe doch umgeworpt Okay, geh du nach unten Er hält gut, wenn du da irgendwann gleich bist Ja, ich muss halt die Rampen gehen Ich kann da nicht hoch Ja, du hast die schnellsten Einheiten im Spiel Der hat sich freigebumst Ich habe ihn getötet Da gibt es bei diesem Lied einen ziemlichen Aufschrei Weil das ist Die Regeln wurden so geändert Zwei Tage vor dem Wettbewerb Dass die Jury deutlich mehr Einfluss hat Als Televote Und es hat quasi nur der Jury Sieger gewonnen Ich glaube, was aber auch immer Ein besseres Ergebnis dann am Ende dastehen lässt Und dazu ist Ich dachte, du bist ein Fan vom Lied ohne Text Ja, aber die persönliche Meinung Der wäre letzter geworden Persönliche Meinung zählt ja nicht Naja, im Halbfinale gibt es ja nur noch Televote Dieses Jahr, ne Ich fand das übrigens toll Ich habe bei dem finnischen Fallentscheid Noch mal dieses Punkteverkauf gesagt Also am Ende da diese 400 Punkte Und das war dann 400 Ja, Formula X erkennen Das heißt, das war wohl eine 1 in dem Wort Was du gerade vorgesagt hast Ich baue doch mehr Overlords Anstatt dich ständig zu beschweren So Miii Ich habe ein Ansager gesagt Keine Nix für den Ja Der Main In deiner Main Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen Die muss ich mal loben ich wollte nur gelobt werden da war ein guter ausruf hüttete der main da wusste ich direkt was los ist relativ viel schaden gemacht aber er auch automagen ja habe ich alles getötet der job ist ja aber der job ist getötet ich wollte dich nie kritisieren niemals würde ich mich da trauen einen e-gamer zu kritisieren das ist der nation wird er ja aufgegeben wir wollen die wechseln weil die kai scheiße ist du hast relativ viel kaputt gemacht hast du gesagt ja ich hab da irgendwo habe ich offensichtlich nicht wenn dann habe ich jetzt zweimal gemacht ich baue ultra list kevin also wichtig wäre dass du gleich mal ein sport ins bein in deiner mitte stehen hast nach acht angriffen hätte ich gedacht hätte ich den langsam mal ja bei der einfach das ist wird an deiner nette gleich dritten nein liberator bleibt doch da nicht stehen im kringel glück wenn jetzt fast verkackt da wäre auch vielleicht ein sport main base war sehr gut da habe ich aber schon das habe ich ja sehr gut gesagt ich habe ich eigentlich zu wenig mit weil hier ungefähr doppelt so viele arbeiten wir eigentlich sollten ja 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 Wenn du Geld überhast, nehme ich übrigens, ne? Habe ich leider nicht. Bei Ultras, ich habe kein Geld. Ich bin Student, ich habe auch kein Geld. In dieser WoW-Abo musst du wieder warten, bis du wieder Weihnachten hast. Ja. Es gab ja Energiepauschale diesen Monat. Meine Energieabrechnung übrigens hat der Energieanbieter von 33 Euro im Monat auf 280 erhöht. Darf man das? Blöde Frage. Natürlich darf man das. Als Regierung darf man das. Ich habe das System gedribbelt, aber es geht schon. Ich bin vor allem nie in dieser Wohnung, von daher... Wer heizt dann das? Ja, das ist halt der Abschlag und die Rechnung gibt es erst am Ende des Jahres. Aber ich habe einen Zwischenstand abgelesen und alles angepasst. Also Abschlag meinst du? Ja, natürlich. Ihr seid auf mich angewiesen. Sollen wir gleich mal was machen? Du siehst, meine Ultra-Armee... Die wächst und gedeiht, aber in einem Rahmen, der jetzt nicht so... Die haben keine Detection, oder? Ja, kann ich für sorgen. Wenn ich meine Overlords finde. Ich guck mal mit meinen Stalkern, was so los ist. Bleib doch noch hinten so lang. Ich würde gerne mal durch deine Ultras durchkommen, aber... Ja, die sind so fett. Die ist jetzt... Dein einer Ultra ist jetzt gleich vorne, ne? Ja, aber ich komme da nicht raus. Meine Fresse, alles muss man selber machen. Aber wie er es nicht gespreizt hat, er will unbedingt Action haben. Er will an die Front. Und Ultra-Upgrades habe ich soweit alle. Wenn ich auf Mars Air gehe, habe ich ein Problem. Oh, Mars Ghosts übrigens. Ich habe kein... Hast du irgendwie... Ne, hast nichts zum Scannen, ne? Was habe ich zu scannen? Ich habe Overseer, habe ich gesagt. Ja, wäre halt schön, wenn die auch mal was machen würde. Nuke. Was machen Sie? Ich weiß nicht, wo der Nuke ist. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt egal. Er macht da irgendwo Boom und dann ist gut. Dann wissen wir, wo es war. Warst du gescannt? Ich kann nicht scannen. Ah ja, stimmt. Ist die Nuke jetzt eingeschlagen oder nicht? Ich kann nicht wieder meinen, wenn es drin ist. Zyrok, bei dir sind die Globghosts am Werk. Ich habe doch auch was hier. Wer kommt von unten? Oder sie an die nicht over. Brauchst trinken mehr Upgrades, Zyrok. Pass mit deinen Overseerern auf, bitte. Ja. Wie läuft der Fight vorne? Ich bin gerade nicht... Wir brauchen dringend wieder neue Overseer von dir gleich. Ich bin beim Terraner in der Produktion. Ja. Wäre halt gut, wenn wir gleich wieder ein paar Overseer hätten. Die sind auf dem Weg. Sie sind im Ei quasi. Jetzt fliegen sie über die Map. Aber ich glaube, da zieht die so schlecht aus, Franz. Ja, hier sind ja ganz viele Clock-Franchis, aber... Kannst du halt nicht ändern. Jetzt haben sie keinen Saft mehr. So wie ich dich kenne, magst du dieses Lied jetzt gleich hier noch. Habe ich noch nicht so gut gehört, dass ich sagen könnte, ob ich das mag oder nicht. Ghosts, bleib mal stehen. Ich werde mal kurz kaputt machen. Ich finde das sieht gar nicht so schlecht aus. Sagte er, als der Gegner rausgegangen war. Da muss schon wieder ein New Green. Wir sind das Licht der Kader. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Er hat nichts getroffen. Er hat den realer Abschluss festgestellt. Erleuchtet mich. Wir werden nicht weichen. Erleuchtet mich. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Keine Dings, gleich alle tot. Na gut, na gut, gutes Spiel. Na ja. Ging so. Aber du hattest Ultra, also das war gut. Ja, man sieht auch, wann ich angefangen habe, welche zu bauen. Man sieht auch, als der Gegner in Kampf verwickelt war. Naja, ich würde sagen, das war es für heute. Macht es gut, tschüss. Aber das war es für heute. Und da ist richtig. Damit weiß er, was du sein wie sweetheart. Und dies ist sicher, wie eng. In zum nächsten Mal. Ging. Was hat es für heute? Und das war es für heute. Ent~~~ Tch.